Ich höre momentan die ganze Zeit Cake von Flowrider auf Dauerschleife. Wenn ihr das Lied nicht kennt, sucht es einfach. Cake, Flowrider und gönnt euch. Auf gehts ins Dürm, Brusttraining und Trizeps wahrscheinlich noch. Auf gehts ins Dürm. Auf gehts ins Dürm. Untertitelung. BR 2018 Easy Proteine nach dem Training, Eier sind da. Ich habe eben eine halbe Stunde oder so, einfach nur hier das Ganze verpixelt, einfach nur damit so zwei Gesichter nicht gesehen werden, aber gut, muss ich halt machen, halbe Stunde. Vlog rendert, Smite wäre angeblich jetzt langsam installiert, sodass ich das auch zocken kann, weil das ja gestern über Steam nicht funktioniert hat, aber das Highlight dazu kommt ja dann Richtung Wochenende hin. In C, die Nullzeiger, ich habe es jetzt doch verstanden. Nullzeiger bedeutet letztendlich, wenn man von der Konsole oder von dem Array oder den Zeiger nimmt, dann hat man am Ende eine Nullstelle, zumindest bei einem Character Array. Das heißt bei einem String oder bei einem Array, wo einfach nur Buchstaben aneinandergereiht sind, beispielsweise bei dem Wort Hallo. Das Wort Hallo ist ein Array aus den Buchstaben H-A-L-L-O. Und ganz am Ende in C ist noch eine Nullstelle, also einfach nur leer, damit er weiß, okay gut, hier ist das Wort zu Ende. Das ist dieser Nullpointer, der wird dann zu Null und wenn man abfragt, dass er dann Null ist, dann merkt man, okay gut, hier ist zu Ende, hier kann ich aufhören mit Ausgeben von den Buchstaben beispielsweise. Sprich, wenn der Array zu Ende ist, hört man eine Schleife auf, weil Nullpointer Zeit auf die letzte Stelle, die ja leer ist. Korrekt, dass ich das verstanden habe, ich habe eben noch Smite mit Darius gezockt, gegen Bots halt leider nur, weil ich einen Spörger bekommen habe, weil ich sie angenommen habe, das ist eine Match. Ich habe morgen nur zwei Stunden Schule, das heißt, ich habe viel Zeit, irgendwas zu schneiden, von daher freut euch drauf, ich habe eine neue Kamera, das ist hier drin. Ihr werdet dann wahrscheinlich morgen sehen, dass die Qualität vom Vlog hochgeht, weil ich eine neue Kamera habe, von daher haut rein, bis morgen.